hallo ihr quirlinge die heldys sind unterwegs in den topaz lösungen das ist ein alchemisten laden da gab es einen gambion alchemisten und vier dieser hässlichen mimikry nachahmen tun die finde ich total ätzend aber alle sind tot wir sind am leben wir haben eine schöne armbus abgestaubt für der an und damit werden wir dieses gebiet jetzt verlassen und auf der straßenkarte von kenabrys uns hier hindurch schlagen in die residenz der tiere bad ist denn dort auf vier schön östlich sein ernst 5 das macht sowas von keinen spaß echt diese reisezeiten ist das ja eigentlich eine kerze ja gut aber ich meine jetzt wir sind jetzt so tief hier hinten drin in diesem winkel wir müssen jetzt hier hingehen das macht ja keinen sinn das jetzt nicht zu tun und wir sind auch nicht beladen also ich glaube schneller werden wir nicht wenn man nicht alle irgendwie ein pferd kriegen und wenn wir mit dem pferd über diese fuhr gekommen wäre das sowieso die nächste frage der zuwalt begegnung wer begegnet uns denn da bestimmt keine spieler sondern das ist was schlimmeres ja das sind du dir schießen nein hör auf wieso bist du dran du honk schnau zu halten kamelja moment bei wem ist die chance größer es muss ja müssen dann willenswurf machen wille plus null ist gut wille plus zwei also komplett nicht hin nach muss kurz und schmerzlos danke gott land du kannst mal den nicht machen weil das geht ja quasi nie ja was greifst du mich auch an so willst du jetzt deine waffe wechseln willst du teils aber noch aus oder ne gelegenheitsangriff von nokori schön und auch noch mal von schattenfang das hat sie umgehauen sehr schön achso wir haben noch jemanden richtig der soll nicht vergessen werden aber ich glaube darum kann sich seelah in aller seelah ruhe kümmern und wir finden hoffentlich ganz hoffentlich keine heiltränke klasse warum sollten wir auch heiltränke finden die brauche ich ja ganz dringend nun denn wir setzen den weg fort richtung ihrer bades anwesen das ist ja jetzt hoffentlich ohne weitere zwischenfälle zu erreichen die stunden vergehen oh wir sind draußen ich hätte jetzt gedacht ist drinnen die karte ist nicht groß gibt mietze mal den guck aspekt und lass mietze mal schleichen oder gibt mietze mal ein bisschen licht sonst sehen die zuschauer nix also da kommen wir her wenn hier alles gefahrlos ist dann kann man noch mal in jede ecke schnüffeln im moment kommt erst mal nur darauf an dass wir hier sicherstellen dass wir nicht angegriffen werden aus dem hinterhalt wirkt alles sehr ruhig eigentlich schon fast zu ruhig kommt bitte mal dazu also hier scheint erstmal nichts zu sein großer platz da waren bisher immer irgendwelche vögel und ich meine keine tauben hier ist wieder ende gelände anscheinend hier alles sicher zu sein ein verzauberter kämpfer er guckt ins feuer passt nicht auf der ist hinter einer barrikade hinter der er bestimmt nicht alleine ist noch ein verzauberter kämpfer alles klar aber die kamen keine guten wahrnehmungswürfe oder wahrnehmungsmodifikatoren würde er fast behaupten dass hier auch gleich wieder ende ist genau also haben die verzauberten kämpfer kommen wir durch die gasse dann werden wir uns mit denen anlegen müssen ich würde sie ganz gern aus ihrer hallo großer vogel sehr ganz gern aus ihrer deckung jagen ich sehe da kommt ein bisschen näher da kommt ein bisschen näher und land mit einem wunderbaren herz schuss der wird keine schadensreduzierung haben gell sowas hast du nicht so unfair bist du nicht nein aber ist ganz normaler kämpfer auch land mit drei ist doof weiste so die mietze kann nix mehr machen es sei denn ich will sie mal hier getarnt lassen vielleicht ist ja immer zu blöd und rennt vorbei du kannst mal dahin gehen falls aus der ecke jemand zu uns stößt und kannst theoretisch nichts tun seelah kommt nach vorn warte ich entdecken sie noch kuri vielleicht nicht weil die wissen besser schleichen kann genau den doktor ganz bisschen näher kommen wenn du schießen willst die mietze sind antworten aber sturmangriff war gestern auch heute nicht ein bärmleck und der fokussiert wieder wie ein weltmeister scheiße wo ist der ich weiß es nicht will ich wissen eigentlich schon aber geht mal auseinander damit er nicht auf uns alle drauf fokussiert kanell ja kann man jemanden hinlegen den schon mal nicht der würfel mit modifikator von zwei hat eigentlich eine gute chance es nicht zu schaffen aber das reicht nicht lan ich muss ein bisschen hier auseinander gehen weil ich nicht weiß wo dieser wärmleck ist auch wenn ich das ist hier einen schuss kostet seelah geh bitte dahin siehst du dann den bärmleck nein noch kori wo macht bitte keinen schaden müssen nämlich komplett erschüttert immer dahin da ist ein paar bauscheiße mit einem langen sperr doppel scheiße ist das böse es kann ich gleich laden wer soll denn das ahnen ja mietze braucht jetzt ach was weiß ich der steht immer noch es ist wo kommst du her ach du warst getarmt ätzend ja hier säure schutz haben wir nicht mehr nicht gut das kann ich mit hoher wahrscheinlichkeit laden lass den barbau erst mal dran gewesen sein weil du bist da momentan relativ in sicherheit ja es wäre schön den barbau hinzulegen und ich habe sogar dieses unfassbare glück dass mir das gelingt das ist nämlich sehr unwahrscheinlich dass mir das gelingt aber danke camellia wir haben eine chance eine chance haben wir eine chance eine chance die kämpfer sind mir egal aber der nicht hat er eine schadensreduzierung wiederum ja dann machen wir das da an gut 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 schaden passt ja ja der kugel kommt gar nicht hin verdammt mit staunengriff geht es natürlich auch nicht ach so mit falscher aspekt angreifen mit das überlegen also sturmangriff geht nicht nein stelle ich mal trotzdem leben ich glaube dann geht er nämlich in den nahkampf und hört auf zu fokussieren das genau das was ich haben will der an danke ein bisschen näher wohl jetzt du hast gewartet die ganze zeit weil jetzt bitte hier mit mischst daran gehen oder nicht rangehen das ist ja die frage irgendwer muss auch den barbau umhauen immer dahin neue runde so die stehen immer noch das nervt aber der ist schlimmer ok werden gerade wieder mal einen nur zu den augenblick wir haben mit schattenfang einen krit gelandet was ist die neben dem gleichen angegriffenen gegner stehenden nocori was es ihr erlaubt hat auch mal anzugreifen und das hat den wärmeleck umgeboxt sehr gut schatten fangen geh mal auch in diese richtung danke ja haut auf seela das ist völlig richtig wir können hier noch einen schlafen legen den da vielleicht weil das ist ja jetzt wahrscheinlich dass das funktioniert danke lan bitte haut den um das war ja klar dass das nicht geht oh 15 das ist doch nicht dein ernst wie hast du das gemacht scheiße ich dachte es geht es irgendwie glimpflich ab ja von wegen weil den keiner trifft den arsch meine güte ist doch gar nicht so schwer offensichtlich doch so du stehst jetzt hier das mal uns aufstellen hier weil der wird wahrscheinlich den gnadenstoß überleben deswegen brauchen wir so viele gelegenheits angriffe wie möglich wenn er aufsteht wobei die mietze natürlich das problem hat dass sie nicht den säureschutz hat das ist blöd aber ich nehme es in kauf du bist in man kann sich eigentlich auch daneben stellen ist ja auch nicht verkehrt jeder angriff zählt lan lasst uns das mal abwarten was das gleich wird seela machst du was machst du nichts nur kori muss noch ran sicher ist sicher warten wir lieber ab so nein nicht angreifen erstmal nur hinstellen was schon gar nicht so einfach ist wie kann man sich irgendwo hinstellen ohne dass man angreift das geht irgendwie gar nicht gell ich will mich nur bewegen das ist zu wenig dann stelle ich halt hier hier kannst auf jeden fall einen angriff machen so dann muss sie da gleich den knockout machen du wartest bis du dran bist so seela attacke gut völlig umsonst sorgen gemacht ja dann kannst du den ja wahrscheinlich erledigen ja das hier dass ich da seela an diesem typen habe vorbeilaufen lassen und der hier 15 schaden ja reingehauen hat das war das war meine highlight der episode bisher aber vielleicht wird es noch schlimmer lauf mal zusammen ich glaube wir können jetzt mal eine hier auf fokussierung gebrauchen und plus alle naja wie peppel ich euch denn wieder auf das geht auf niemanden mehr das haben wir schon ausprobiert amize geht es gut immerhin wir haben hier die mittelschweren wunden wir können ja das einmal wieder herstellen das mache ich genau jetzt okay dann wird zweimal leichte wunden heilen so kam er ja selber heile ich jetzt nicht weil die ist ja in der regel hinten und kriegt selten schaden ab das ist alles zeug was mich nicht interessiert das ist alles total uninteressant da ist die residenz der tierer bades ich habe es verstanden aber schalt bitte mit hier nochmal in den guck modus weil wir hier draußen etwas entdecken jetzt gehen wir erstmal außen alle ecken ab ob hier irgendwas zu entdecken ist nur kori weiß ja dass da immer mal was zu finden ist in irgendwelchen töpfen kisten fässern unter schutt bei dem ein oder anderen opfer vielleicht auch hier zum beispiel aber nichts verborgen ist das ein kampfstab für den mönch die luke ist fest verriegelt da kann man nicht rein hier kommen wir her aber es will ja nichts heißen da kann man nicht in die ecke ende gelände ich hier da drüben gar nichts mieter hat schon alles gut erkundet wir können nur rein laufen aber irgendwie können ja ja ratten sein also ich würde den tierer bades nichts unterstellen aber ratten kommen in den besten häusern von kenaris vor speichern sicherheitshalber geben wir mal diese rattenbrille irgendwie ratten 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 ich werde die mietze das richtige aber ich kann der mietze keine brille aufsetzen das ist das sieht aus wie so ein 70er jahre damenmodell fürchterlich ratten ok ihr habt das gehört wir müssen unsichtbares entdecken hier ist was unsichtbares aber ich fürchte ich habe das nicht mehr ich suche mal ich habe leider kein unsichtbares entdecken mehr ich habe nur feenfeuer das wirkt aber nur auf kreaturen aber vielleicht ist das genau das was wir brauchen mietze ach so nur die mietze wir sollen eine falle treten und dann auch noch uns angreifen angreifen lassen verzauberte kämpfer das hat man gerade schon das versucht bei carmel ja jetzt zu lösen das problem wo ist es denn da bitte nicht sehen lassen gut ich befürchte dass wir da es nicht nur mit verzauberten kämpfern zu tun haben dann auch mit mit ihren herren und meistern ok also geh du mal dahin scheiße war ein versuch wert gell geh du dahin das sind doch bestimmt nicht nur diese beiden das würde mich jetzt echt wundern hör auf zu schleichen das bringt nix mietze stelle ich mal neben die tür mal gucken wie sie darauf reagieren es ist wohl jetzt wir sind runde 2 abwarten was passiert du kannst versuchen den anderen noch mal hinzulegen die würfeln echt gut also mal will er immerhin das hat ein eiserne wille nicht kommen sehen der sticht einfach auf eine mietze ja was hast du jetzt davon person beherrschen ach also das ist hier die unsichtbare zauberei ja das ist natürlich klasse ja carmel ja das wird wehtun mir mehr als dir glaubt mir das wird nicht wehtun schluss mit lustig hier ich kann ich glaube ich darauf verlassen dass sie nicht treffen wird schlag so kubus wieso sind wir im fähschlag rüstung sagte 29 wie soll ich darüber kommen was hast du drauf wieso kriege ich dich nicht du hast eine schadensreduzierung das ist schon mal schlecht bist doch nicht mal gebufft du bist doch nicht mal gebufft kann auch noch lebenskraft entziehen aber das war ja so ein scheiß kampf und da ist noch dieser andere typ noch aktiv ich glaube ich kann mal neu laden gleich aber gucken wir mal also seela das wird ja gar nichts mit dir ich muss dich nie waffen du bist zu stark wolf nein keine 6 und keine 5 der hat eine rüstungswasser von 20 du hast eine modifikator von 9 das ist doch wohl nicht so schwer da einen angriff zu würfeln den erfolgreichen aber offenbar ist es das schnauzst du mal diesen zu kubus zusammen oder auch nicht lass es halt ja ach ich stand falsch wollte den eigentlich gar nicht angreifen ach seela selbst wenn du treffen würdest du hast ja eh das problem dass du keine magische waffe hast im moment das ist natürlich richtig der an gibt uns mal einen segen schnauzstufe und schnauzstufe 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 "... Schon wieder nicht mehr. Ach, jetzt komm, tu doch nicht so. Wobei die Frage ist, ob wir dich nicht mit Berührung klein kriegen. Tun mal ein bisschen weg von ihr. Oh, was entdeckt. Ja, später. Das ist ihr Versteck, von dem wir ja gehört haben. Immerhin. Kamelia trifft zuverlässig nicht. So. Du hast ja jetzt diese magische Waffe. Du könntest theoretisch treffen. Praktisch aber irgendwie auch nicht. Wahrscheinlich muss ich den Kampf eh neu starten. Mach mal Waffengesinnung gut. Das ist doch das, was du nicht haben willst, gell? Genau. Waffengesinnung gut. Auf landen. Damit die Schadensreduzierung umgangen wird. Das ist bei Land vielleicht gar nicht so wichtig, weil er eine Plus-Drei-Waffe hat, aber es kann auch nicht schaden. Ja, das ist das Problem. Ich komme überhaupt nicht durch. Ich komme nicht durch. Ja gut, eine Fünf, eine Acht. Also wer Fünf, Acht und Sechs würfelt, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Sela. Böses Niederschrecken, aber auch du würfelst im einstelligen Bereich, und zwar im untersten einstelligen Bereich. Blemme das Luder hier. Voljiv. Ich bin der Ansicht, wir sollten es mit Gemütigkeit versuchen und hier... Ah, da musst du eine Achtzehn würfeln. Das können wir auch gleich wieder vergessen. Puh. Keine Ahnung, ob ich gegen die ein Mittel finde. Oder ob wir da nicht noch wieder... ...noch mal vorbeikommen müssen. Was natürlich auch blöde wäre. Mit der ganzen Latscherei. Ähm, ich muss den Kampf nochmal neu beginnen. Das wird so nix. So, nächster Versuch. Wir beginnen mit einmal Glitzerstaub da hinten hin. Weil ich glaube, damit können wir... ...den Kampf eröffnen und... ...die... ...suku... ...bussi nicht enttarnen. Schade. Ähm, du kannst im Moment nicht viel tun. Doch, geh mal da hin. Mieze soll tanken. Sela, theoretisch auch. Nokori soll vor allen Dingen dafür sorgen, dass die da... ...nach, nichts im Zug kommt. Aber das ist dann wohl in der nächsten Runde erst der Fall. So, Lan, ähm... ...töte ich die Zielgenauigkeit aus. Weil die hat ja eine Rüstungsnasse von... ...wir wissen es ja schon... ...29. Lan... ...hat einen Modifikator von 12. Wir müssen also eine 17 mit ihm würfeln. Und die will ich auch komplett haben. Die Schadensreduzierung ist nicht das Problem bei ihr. Das ist das Treffen. Und du kannst dir mal hier den perfekten Schlag geben. Den zielsicheren Schlag. In der nächsten Runde. Kamelia darf versuchen, jemanden schlafen zu legen. Was ihr nicht gelingt. Und du wartest mal ab, was hier so passiert. Wieso gab es da gerade keinen Gelegenheitsangriff? Schade. Mieze. Teile die Ratschen aus. Ja. Sela. Wow. Ach, den hätten wir bei ihr gebraucht. Nee, der hätte auch nichts genutzt. Gut. War okay. Ähm... Genau. Du solltest sie versuchen zu debuffen. Schnauze ihm richtig voll. Das wirkt. Sie ist erschüttert. So. Lan wäre jetzt theoretisch dran. Aber ich lasse ihn erst angreifen, nachdem hier der Gefatter daran dran war. Denn der kann uns noch segnen. Damit steigt Lan's Angriffsbonus nochmal um eins. Er hat jetzt hier plus 33 wegen des zielsicheren Schlags. Aber jeder Punkt zählt. Genau. Damit ist deine Runde zu Ende. Du kannst noch versuchen, den anderen hinzu... Ach, der ist ja schon halb tot. Egal. Aber wirkt sowieso nicht. So, jetzt ist Lan dran. Auf sie. Er wird auf jeden Fall treffen. Aber nicht gut. Schade. Der Schadenswurf war... Komplett... Scheiße. Wolf kümmert sich um die Ads. Und zwar vorbildlich. Mieze macht das nach. Oh ja, da war ein Crit dabei. Gut. Ich sehe da auch erstmal auf den drauf. Weil der kann, wenn er trifft, auch böse Aua machen. Ja, es ist die Frage... Kriegen wir den Down bevor... Ne, wahrscheinlich nicht. Lieber nochmal ihn debuffen. Und näher kommen. Gelegenheitsangriffe wirkt nicht. Entzug von Lebenskraft. Ist ihr das gelungen? Nein, es ist nicht. Gut. Prima. Aber die Gelegenheitsangriffe gingen auch alle ins Nichts. Schade. Ach, jetzt warte ich. Habe ich D-Ran? Äh, doof. Kamel, ja. Kannst versuchen, sie hinzulegen. Schnauze. Nutzt nichts. So, lan. Nutzt seinen letzten zielsicheren Schlag. Dann kannst du der Runde aber leider nichts tun. Oh, der trifft. Ich hab dich doch gedubuffed, du Arsch. Oh, die arme Mieze schon wieder. Oh, Mensch. Die hat eine Rüstungssatze von 31. Was soll die denn noch für eine Rüstungssatze an der Tür? Blöd, wenn du sie nicht mehr treffen können. Meine Güte, ey. Kann nicht wahr sein. Boah. Armes Mietzchen. So, du hast natürlich keine Chance zu treffen. Sela. Kannst versuchen, hier Böses zu bekämpfen. Um dann auch nichts zu treffen. Nokori. Einmal die Mietzchen zur Böse. Danke. Deran. Land zu buffen macht jetzt keinen Sinn. Mach lieber die göttliche Entladung. Danke. Du machst das jetzt auch. Jeder Punkt Schaden zählt. So, Land, du wirst auf alle Fälle treffen. Da kann sie lachen, wie sie will. Wolf, dich hätte ich ganz gern eigentlich im Fernkampf, weil du hast im Nahkampf leider keine magische Waffe. Du hast aber keine magischen Dolche gefunden. Und hier hast du keinen Verstecken mit Schwierigkeitsgrad 12. Das Versteck der T-Rabatis, aber das kannten wir ja schon. Mietze, du hast die Chance hier anzugreifen, aber du hast überhaupt keine Möglichkeit zu treffen. Du hast hier einmal getroffen mit einer 20. Aber da ist leider, ja der Kidd war nicht bestätigt, der Schadenswurf in die Hose gegangen. 9 reduziert auf 0. Weil, die hat eine Schadensreduktion von 10. Und sie ist gegen Säure auch noch resistent. Es ist so ein Luder. Oh, Sen hat mal getroffen. Sehr gut. 20, jawohl. Ähm, Nokori. Es ist, glaube ich, besser, sie erstmal noch weiter zu blenden, damit ihre Angriffe da neben gehen. Was sie auch tun. So, jetzt sollten wir auf jeden Fall immer landen Waffen. Ja, der trifft. Bald war es eine 18 gewürfelt, ja. Das ist jetzt zäh. Aber... Brennende Hände. Reflexe halbieren. Was hatten die für Reflexe? Oh, das ist ihre starke Seite. Aber halbieren ja auch nur. Die hat eigentlich keine Chance. Aber... Lenkt ein bisschen ab. Aber die ist nicht mehr gedebufft. Jetzt schon. Das ist wichtig. Landwaffen. Hier den einen Schadenspunkt setzen. Ja. Hoffen, dass Land mindestens der 17 würfelt. Ja, ist gelungen. So, Wolli. Auf die brennenden Hände. Treffen jetzt... Äh, die treffen auch Nokori, gell? Kannst du das ja so machen? Das nur... Oh, das ist echt schwer. Also, so könntest du es probieren. Aber das ging daneben. Scheiße. Okay, vergiss es. War ein Versuch wert. Aber... Da warst du doch schon zu weit weg. Sela. Wieder getroffen. Sela würfelt sehr gut. 19. Reicht. Da lacht sie noch. Dir solltet das Lachen vergehen. Da gibt bei der Mieze noch Säuremaul. Die Mieze könnte mich noch wieder treffen demnächst. Und du triffst hoffentlich auch mindestens einmal. Du setzt deinen einen Schadenspunkt. Gut würfeln. Ja. Ist immer der zweite ungebuffte Schuss. Aber ich bin zufrieden. Woll, ich hatte keine Chance und wird sie nutzen. Mhm. Die Zau trifft man daneben. Schade. Sela hat genug getroffen. Aber die trifft nochmal. Sela. Wow. Also, Sela, du hast verdammt gut gewürfelt. Ja, so kriegt man das Ding klein. Also, das hätte jetzt auch Lan geschafft. Lan hat ja eine große Chance. Mit zwei Schüssen pro Runde. Und davon dann einer nochmal mit einem Punkt gebufft. Durch Däran und dem Segen und alles, was wir da drauf hatten. Wobei der Segen war auch schon wieder weg. Ne, der Segen war noch da. Irgendwann mal eine 17 zu würfeln. Und dann macht er halt auch Schaden. Schattenfang habe ich jetzt noch mit dem Säuremaul ausgerüstet. Für den Fall, dass er doch mal wieder kritisch trifft. Dann hat er vielleicht die Chance, die Schadsreduzierung zu überwinden. Auch wenn mir klar war, ach nee, das gilt ja auch nur bei dem Maulangriff. Ach, vergesst es. Das ist fast nichts wert gewesen, diese Aktion. Ja, Schattenfang war hier nicht wertvoll. Da konnte ich ja nicht viel tun. Sela hat einfach unfassbar gut gewürfelt. Und hat dann deswegen Schaden gemacht. Hätte an der Kuri auch passieren können. Und ja, diese kleinen Mückenstiche von diesem göttlichen Geschoss. Das ist auch gut. Volje konnte hier mit seiner Ausrüstung gegen die auch nichts ausrichten. Aber wir haben es geschafft. Und ich stelle fest, dass Schattenfang im falschen Aspekt war. Guck mal, ein Zähler anfangen. Wie oft ich das im Let's Play noch falsch machen werde. Das hätte der Mieze ein bisschen geholfen. Ein bisschen viel. Plus zwei, Bonus. Aber was soll's. Wir haben uns keine negative Stufe eingefangen. Und wir haben sie klein gekriegt. Und zwar, wie ich finde, relativ gut. Und jetzt schauen wir uns mal an. Hier Geimverscheck Alarm. Da gibt es was zu plündern in diesem Küchenregal. Das war Schwierigkeitsgrad 12, wenn ich mich da nicht... Wenn ich mich da recht entsinne. Der Tiger ist auch unterwegs. Was haben wir hier? Gold, Diamantenstaub, ein Buch, die Kreuzzüge aus der Sicht des Gemeinvolks von Tullius Mara und... Irabets Brief. Anevia, wenn du diese Zeilen liest, weißt du, dass ich am Leben bin und ein Trupp zur Verteidigung der Stadt um mich schare. Wir werden uns zum Hüterherz durchschlagen, in der Taverne unser Hauptquartier aufschlagen und dort die Stellung halten. Bis Hilfe eintrifft oder, so es die Göttin will, die graue Garnison angreifen. Ich liebe dich und vertraue darauf, dass wir uns in dieser Welt wiedersehen. Irabet. Oh, okay. Ja. Bisher kannten ja nur Anevia und Irabet dieses Versteck. Uns wurde es gesagt, deswegen kennen wir es auch. Und hier bei diesen Kämpfern haben wir, oh, ein magisches Rapier und einen magischen Umhang. Der, der das Rapier ist, ein Rapier plus 1, das ist gut für Camellia. Gratuliere. Danke. Und dann haben wir hier den Mantel. Dieser plus 1 Mantel des Widerstands gewährt seinem Träger einen Kompetenzbonus von plus 3 auf Heimlichkeitswürfe. Ah, schön. Heimlichkeit ist die starke Seite von Voljev, nehme ich an. Genau, plus 15. Das ist echt, das ist echt eine Hausnummer. Also, wenn wir wollen, dass irgendjemand wirklich nicht entdeckt wird beim Schleichen, dann sollte es Voljev sein. Deswegen geben wir ihm dieses Ding. Das passt auch zu deiner bisherigen hässlichen Rüstung mit diesem ollen Braun. Das ist, als ob es dazugehören würde. Naja, nicht ganz. Der Braunton ist nicht der gleiche. Und statt orangen Streifen hätten es dunkler oder Streifen sein müssen. Aber ich will nicht weckern. Das ist ein schöner Umhang und dadurch jetzt einen Heimlichkeitsbonus von plus 3. Jawohl. Hast du gerade 14? Echt? Moment, ich bin gerade verwirrt. Plus 3. 15. 15 plus 2 ist 17, gell? Hier steht aber Kompetenzbonus plus 3. Warum habe ich jetzt hier nicht den Bonus von 18? Ist das ein Bug? Oder wird hier irgendwas wieder reduziert? Ich hätte gesagt, das Gesamtwert muss 18 sein. Ganz doofe. 5 plus 3 sind 8. Plus nochmal 3 sind 11. Plus 4 sind... Ach, Befähigung Taschendieb. Ach, das ist ein Kompetenzbonus. Der wird einfach unterdrückt. Alles klar, es ist völlig richtig. Es ist völlig richtig. Einer an der Punkte geht jetzt weg. Ist irgend so ein Talent, was du hast. Taschendieb. Ja, gut. Aber immerhin plus 2. Prima. Gut. Dann geht hier raus. Ja, und damit haben wir auch hier wieder eine ausreichende Episodenlänge. Und ich frage mich, wo es jetzt hingehen soll. Auf jeden Fall weg hiervon. Ja, jetzt müssen wir überlegen. Wir sind jetzt hier ganz hinten auf der Karte. Das sehen wir jetzt hier ganz schlecht. Moment, ja, ist da was zu plündern hier. Ja, was zum Kochen. Das hier nehmen wir gleich auf, wenn wir die Karte verlassen. Ja, jetzt noch was. Kein Bild. Also, wenn wir auf die Stadtkarte gehen. Nehme ich das alles auf, weil ich jetzt hier vermutlich nicht wieder herkomme. Das ist ja im hinterletzten Winkel. Residenz der Tierabades. Hier haben wir nichts liegen gelassen. Da liegt was. Da müssen wir noch hin. Ich glaube, das ist hier der kürzeste Weg, den wir gehen können. Zwei Stunden. Okay, schließen. Machen wir jetzt nicht. Wir gucken uns das an. Sind jetzt noch, naja, gut drauf, würde ich jetzt nicht sagen. Aber zumindest, wir haben noch ein bisschen Heilung parat hier durch die Fokussierungen. Das kriegen wir vielleicht noch irgendwie hin. Aber dann müssen wir uns damit beschäftigen, ob wir nicht wieder zum Hüterherz gehen, weil wir sind Beute beladen. Und es ist eine Rast angesagt, denn die Zauber und Fähigkeiten, die gehen allmählich zur Neige. Und in diesem Zustand werden wir es nicht schaffen, großartig andere Dinge zu tun. Was wir aber noch machen können, wenn das hier halbwegs glimpflich ausgeht. Dann können wir uns hier noch vollladen mit Zeug. Ich glaube, hier liegt nichts mehr. Aber am Marktplatz. Am Marktplatz machen wir dann auf jeden Fall nochmal Station. Zum einen, um mit Ramien zu sprechen, wegen der Geschichte mit Hulrun. Zum anderen, um diesen Magier zu finden. Dieses Mauerblümchen. Und je nachdem, in welchem Zustand wir dort ankommen, könnten wir es mit dem Vrock versuchen. Weil, wenn ich jetzt sowieso vorhabe zu rasten, dann kann ich es auch mal probieren, wenn ich es irgendwie hinkriege. Und die Helden sind danach zwar zermatscht, aber noch am Leben. Dann ist es ja erfolgreich gewesen. Insofern ist es ein Versuch wert. Ein paar Sachen haben wir ja noch, mit denen wir im Kampf auftrumpfen können. Und dann, nachdem wir das gemacht haben oder nachdem es nicht geklappt hat mit dem Vrock, können wir hier noch mehr Kram aufheben und dann zum Hüterherz marschieren und dort Zeug abladen. Und dort müssen wir nochmal rasten. Und von da aus ginge die nächste Tour entweder hier in diesen Winkel oder hier geradeaus runter Seitenfadenatelier und Estrotzturm. Das sind zwei Sachen, die wir nicht miteinander verbinden können. Wir könnten, wenn wir hier sind, aber wenn wir hier am Marktplatz sind und dann da noch hingehen, wir sind nicht so gut drauf. Die Heilung ist echt ein Problem. Land hat da keine Keykräfte mehr. Das kann noch klappen. Aber wenn ich nach hier unten gehe, dann muss ich danach zentralerweise dahin gehen. Sonst lasse ich hier runter, hole mir eine blutige Nase und lasse dann doch wieder zurück und verliere Zeit. Nee, das müssen wir machen, wenn wir fit sind. Es ist möglich, dass wir vielleicht das hier und das hier oben in einer Tour machen können. Das ist jetzt nicht unmöglich. Ja, aber erst mal geht es hierhin an diesen Punkt, an diese Städte eines gescheiterten Rituals und dann zum Marktplatz und dann gucken wir mal, wie wir mit dem Vrock zurechtkommen. Und das alles im nächsten Teil. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.